Das Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte hat seine Anfänge in den 90er Jahren. Die Region Lippe ist für viele Deutsche aus Russland ihre historische Heimat. Und so entstand eine zivilgesellschaftliche Initiative russlanddeutscher Eltern, die eine christliche Privatschule auf den Weg bringen wollten. Otto Hertel, ein Gymnasiallehrer aus Detmold, wurde im Rahmen dieser Elterninitiative damit beauftragt, Gespräche mit den Behörden zu führen und das Vorhaben voranzutreiben. Otto Hertel war selber auch Russlanddeutscher und er merkte recht bald, dass insbesondere in der hiesigen Bevölkerung die Frage kam, warum kommen die alle? Und so hat er so Infotafeln erstellen lassen und hat diese Infotafeln in Schulen, an öffentlichen Stellen immer wieder gezeigt und hat dann aus dieser Infotafelsammlung entsprechend den Gedanken gehabt, wir müssen eigentlich dauerhaft diese Information, wer sind die Russlanddeutschen, warum haben sie dort so gelebt, wie sie gelebt haben, warum kommen sie her? Also das sind Informationen, die Herr Hertel wichtig waren, dass man sie dauerhaft zugänglich macht, dann kombiniert natürlich mit Exponaten, mit Kunstgegenständen, ja, interessant auch darstellt. Und da kam ja Herr Jakob Wedel mit im Spiel, die beiden, Otto Hertel und Jakob Wedel, der Künstler, sind im Grunde genommen die Museumsgründer. Im Jahr 2010 bekam das Museum ein neues Gebäude. Später kamen Förderungen vom Land und vom Bund hinzu. Nun ist es ein moderner Museumsbetrieb, der zusammen mit dem Kulturreferat eine bundesweite Strahlkraft entfaltet und die Geschichte der Russlanddeutschen als weltweit einzige Institution dieser Art beleuchtet. Wir wollen hier eine ganz, ganz vielschichtige und multiperspektivische Auseinandersetzung ermöglichen mit dem Thema der russlanddeutschen Kulturgeschichte. Aber darüber hinaus wollen wir das Thema Zuwanderung und Migration quasi unter einem ganz, ganz bestimmten Blickwinkel letztlich sichtbar machen und unser Anspruch ist es auch, es sozusagen in eine Art Erinnerungskultur zu überführen, die wir hier in Deutschland schon seit langem pflegen. Warum finde ich das so wichtig und so bedeutsam? Wenn wir davon ausgehen, dass 20 Millionen Personen, die in Deutschland leben, Migrationshintergrund haben, dann stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, an welchen Orten können sie sich selbst checken? Wo können sie sozusagen sich selbst verstehen lernen? Und wir haben natürlich in der Bundesrepublik keine Orte, keine Gedenkorte, Erinnerungsorte, Erinnerungsstätten etc., die die gesamte Multiperspektivität einer postmigrantischen Gesellschaft irgendwie abbilden können. Und insofern finden wir es wahnsinnig spannend, quasi hier einerseits ein Museum klassischer Art zu sein, auch erlebnisorientierter Art zu sein, darüber hinaus aber auch ein Erinnerungsort zu sein, ein Erinnerungsraum zu sein, ein Ort des Selbstverstehens für Personen mit Aussiedlerhintergrund. Und das finden wir irgendwie spannend, so dieses Experiment durchzuführen. Inwiefern kann ein Museum tatsächlich auch ein Ort des Selbstverstehens darstellen und letztlich einem ganz erheblichen Anteil der bundesdeutschen Bevölkerung sozusagen letztlich auch so etwas wie eine Heimat anbieten und auch die Möglichkeit letztlich sozusagen sich noch besser einbringen zu können in die gesamte Gesellschaft. Wir bleiben aber natürlich ein Museum für alle und das ist uns auch mega bedeutsam. Es ist uns ziemlich egal, welchen Hintergrund man hat, wenn man hier hinkommt. Aber ich glaube, wenn jeder hier seine Möglichkeit wahrnehmen kann, die er benötigt, um sozusagen diese Story zu verstehen, die Menschen zu verstehen, miteinander in eine Erzählung einzutauchen, ich glaube, dann hätte ich gesagt, wäre ein ganz, ganz wesentlicher Ansatz sozusagen des Museums erfüllt. Es ist auf jeden Fall ein struktureller Zusammenhang da zwischen Museum und Kulturreferat. Es gibt aber auch den Träger, den Museumsverein. Und dieser Museumsverein ist eine zivilgesellschaftliche Initiative gewesen. Und das macht dieses Projekt ja auch so gesellschaftsrelevant. Die Aufgaben des Kulturreferates bestehen ungefähr in drei Bereichen aus der Vermittlung der Kultur und Geschichte der Deutschen aus Russland, breitenorientiert und öffentlichkeitswirksam. Zum anderen sind es Projekte hier mit dem Museum und am Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold. Und zum dritten Beratung und Förderung von Initiativen, die sich mit ähnlichen Projekten beschäftigen, bundesweit. Das sind vielfältige Projekte, angefangen mit Lesungen, in denen eben dieses Thema in Romanen von Autoren thematisiert wurde, an verschiedenen Orten hier in Deutschland präsentiert wurden, wie zum Beispiel der Roman von Güzel Jachiner, Wolgarkinder, wo es eben um das Leben anfangs in den Wolgarkolonien ging. Aber vor allem ist es der Podcast Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast, den ich mit meiner Kollegin Ira Peter betreibe, in dem wir auf die einzelnen Aspekte eingehen und unter anderem natürlich auch sehr viel auf die Aspekte der Anfangszeit, der Umsiedlung der deutschen Kolonisten ins Russische Reich damals. Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Hallo Ira. Hallo Erkön. Wo sind wir denn heute? An einer ganz besonderen Location. Und zwar sind wir in Detmold im Museum für Russland-Deutsche Kultur und Geschichte, in einem der Ausstellungsräume. Deswegen heilt das vielleicht auch ein bisschen. Unser heutiger Gast ist Cornelius Enz, Leiter des Museums hier in Detmold. Und wir werden uns mit ihm über das Museum, wie es heute aufgestellt ist, sprechen. So mal ganz platt gefragt, warum gibt es eigentlich ein Museum über Russland-Deutsche Kultur und Geschichte? Braucht man das? Das sind doch Deutsche, oder? Warum? Ja, genau. Also die Geschichte der Russland-Deutschen ist auf jeden Fall eine Story, die eben hier nicht bekannt ist. Und da ist natürlich das Thema Erinnerungskultur wieder sehr aktuell an der Stelle. Sprich, wir brauchen das Museum, um einen Teil deutscher Geschichte quasi zu etablieren. Und ein Stück weit auch zurückzuholen. Die Menschen sind jetzt hier, aber ihre Geschichten noch nicht. Und insofern finde ich, hat das Museum durchaus einen Riesenauftrag. Nämlich diesen Menschen Geschichte zu geben und allen anderen Menschen, die den Hintergrund nicht haben, einen Zugang zu ermöglichen, einfach mit ihnen in eine Erzählung einzusteigen. Und dann können wir das Museum von der